Hi Leute! Heute wieder ein bisschen Drückbewegungen. Wir gucken mal, dass wir das heute so ein bisschen einseitig verlagern. Wir gucken, wie ihr es macht. Wir gehen in den Liegestütz quasi und wieder dieselbe Geschichte, dass die Mädels, die heute nicht die adäquate Anzahl schaffen, das auf dem Knie machen können. Und das kombinieren wir mit ein bisschen Bauch. Das heißt, ihr geht in den Liegestütz, geht runter und dann kommt ihr mit dem Power hoch und versucht das mit einem Arm abzupacken. Hockt an, geht wieder zurück. Dann Liegestütz und hoch. Und das Ganze dann vorne. Geht natürlich auch auf den Knien her. Also quasi runter, halten. Okay. Viel Spaß. Und wieder, wie gesagt, das gleiche Thema. Guckt mal so 10 bis 20 Wiederholung. 1 bis 2 Minuten Pause. 10 bis 20 Durchgänge. Bleibt stark. Bis denn. Ciao. Bis dann. Vielen Dank.